Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin Silvia Chessy und wir schauen uns jetzt das nächste Mal ein Update für den ADT-Pild für den Mönch an. Warum das Ganze? Einerseits gibt es ja die neuen Qualstufen, also 14, 15, 16 kam hinzu, bedeutet also dort droppen natürlich auch mehr Atem des Todes und des anderen hat sich das Set geändert, beziehungsweise wurde das Set der Weisen dementsprechend verstärkt. Das bedeutet also für uns, es lohnt sich jetzt immer, wenn ihr Atem des Todes farmt, mit diesem Set der Weisen zu spielen, weil es verdoppelt nämlich die Anzahl der gefallen entlassenden Atem des Todes. Das heißt also wir brauchen jetzt eine Skillung, wo wir ein funktionierendes Set haben, in dem Fall spielen wir mit zum Wukku, wir haben den vollen 6er Set Bonus bekommen, also hier aus dem Set jede Menge Damage raus, nehmen wir noch die diversen richtigen Items mit, da schauen wir gleich noch drauf und dann können wir direkt loslegen. Wir sind jetzt auf Qual 16 und haben hier aktuell 700 Paragon aktiviert, ich glaube es sind sogar ein bisschen weniger oder ungefähr 650 Paragon aktiviert, das ist natürlich so, ohne Paragon gehen die hohen Qualstufen nicht und generell ist es immer so bei diesen ADTs gelungen, es macht viel mehr Sinn schnell 14 oder 15 zu spielen, als wir langsam Qual 16, denn die ADTs die da fallen, das macht einfach einen enormen Unterschied, auch von der Anzahl der Elite-Apacks her, die ihr natürlich tötet. Also wenn wir jetzt hier anfangen, oh, haben hier direkt einen Gobo erwischt, auch nicht schlecht. Also ihr merkt schon, das Ganze dauert natürlich ein bisschen, zumindestens auch bis mal der Ingiom und so weiter aktiviert ist und so ein 16er Gobo, der hat natürlich auch ein bisschen Leben, in common tut er uns aber nicht. So, jetzt ist der mal tot, bei Legendary ist und dann geht es hier los, gar keinen Atem fallen lassen, richtig frech. Jetzt schauen wir mal, also prinzipiell von den ADT-Sachen selbst, es kann, es fallen im Schnitt immer 4 auf Qual 16, also 3 im seltenen Fällen, das ist eher wenig, im Schnitt fallen 4 und teilweise sogar 5. Ihr habt schon gesehen, jetzt hier mit den 700 Paragon, wenn der Laser durchgeht, sieht das schon knapp aus. Wie viele ADTs haben wir hier? 8 Stück. Das war jetzt also gefallen, gelassen wurden 4 von dem Elite-Apacks und aufgrund unseres Sets, das nennen wir immer hier ADT-Set, in Wirklichkeit heißt es natürlich das Reise der Weißen-Set und dadurch hat sich das Ganze verdoppelt und jetzt könnt ihr euch denken, okay, wenn wir jetzt hier zum Beispiel vielleicht 13, 14 spielen, da gibt es ja 3 Atem des Todes immer fix, das heißt für jeden Elite-Gegner gibt es 6 Atem des Todes, dazu braucht ihr natürlich auch noch kaum Zeit, um da ganz durchzufahren, lohnt sich das. Also für unseren Teil jetzt hier mit den 700 Paragon würde ich sagen, es wird sich eher lohnen, hier fast Qual 14 zu spielen, weil wir hier noch die zusätzliche Option einfach auf einen 4. ADT haben, dass hier noch ein weiterer droppt und ihr seht schon, wenn wir dann mit den Paragons auf das Elite hauen, dann ist das natürlich wesentlich schneller weg. Wir looten, haben jetzt hier 6 Atem des Todes gelootet und können anschließend direkt weiter. Also je nach Skillung, bei den meisten Skillungen ist es aber so, dass es, wenn ihr noch nicht über 1000 irgendwas Paragon habt und das Gear vielleicht noch nicht voll urelt ist und aufgewertet, dann macht es auf jeden Fall mehr Sinn hier, die ganzen Qualstufen leicht zu droppen, damit man hier einfach schneller unterwegs ist. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da vorne noch irgendwo was finden. Oh, zum Beispiel ein Schrein. Wir spielen ohne Nemesis, ah ja, die über die Items gehen wir gleich drüber, da schauen wir uns das an. So, hier haben wir wieder, mal schauen, wie viel uns der beschenkt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen lucky, wie viel ihr kriegt. Die sieht nach wieder 6 Stück aus, glaube ich. Ja, erweitert 6. Also im Schnitt, wenn ihr natürlich jetzt hier 14 farmt, gibt es im Schnitt so 6, teilweise 8 und wenn ihr halt das andere farmt, gibt es im Schnitt 8, teilweise 10. Bedeutet also davon abhängig natürlich vom Gear und vom Paragon. Von der Skillung her, wir nutzen Woke des Lichts mit explosives Licht, also praktisch hier. Deswegen auch der WOL-Bild, das Ganze auf Feuer gespielt, reißender Wind mit innerer Sturm, weil für jede Aufladung gibt es mehr Damage. Zum Buku-Set wisst ihr vielleicht noch. Die Verbündeten mit Luftverbündeten, rasender Angriff mit Rasen, schnell Mantren-Endrückung mit Verwendigkeit und die Offenbarung mit Wüstenschlei. Also hier hat sich natürlich nicht zu viel getan. Fanal-Pfad, Harmonie, erhabene Seele. Hier können wir vielleicht statt den die Gelegenheit beim Shop verpacken, damit es noch einen dicken schneller geht. Ein Napp-Talent, es hängt davon ab, ob ihr eins benötigt oder nicht. Könnt ihr dann natürlich gegebenenfalls auf jeden Fall mit reinnehmen. Also die Skillung ist jetzt nicht so starr. Da habt ihr schon die Option, das ein oder andere eurem Gie und Paragon-Stand einfach mit anzupassen. Von den Items her sieht es folgendermaßen aus. Wir mussten natürlich ein bisschen umbauen. Wir haben jetzt den Tezo-Screens-Blick in den Würfel, was einfach daran liegt, dass wir die Glocke setzen können. Ansonsten, wenn ihr den rausnehmt und was anderes, dann droppt die Glocke immer auf euch. Wollen wir nicht haben. Ring des Königlichen Prunks haben wir noch dabei, damit der Set-Bonus aktiv ist und natürlich den Weihrausstab, damit das Ganze ressourcentechnisch und damage-technisch hier durchzieht. Wir nutzen Rassüchtiger Wind, damit wir mehr Aufladungen kriegen, weil jede Aufladung vom Set-Bonus gibt uns 1500% mehr Schaden. Wir nutzen den Gürtel, ist eine Bequemlichkeitssache, aber dafür werden die Stacks immer aktiv gehalten. Könnte man sonst, wenn ihr es gewohnt seid, ohne Gürtel spielen, auch mit Gold-Gem, Gold-Gürtel und so weiter spielen für mehr Zähigkeit. Die Option gibt es natürlich auch. Ein Ingeo, damit wir uns dauerhaft bohrten können, Zusammenkunft der Elemente und einen Obsidian-Ring für zusätzlich CDR. Der Rest ist mit den Sets gesetzt. Ihr habt jetzt hier natürlich die Option, ob ihr jetzt die Schuhe oder die Hände oder den Kopf nehmt von ADT-Set, das ist natürlich egal. Da, wo ihr es halt gut gerollt erwischt habt, da nehmt ihr es einfach mit und legt das Ganze dementsprechend an. Ansonsten, die Armschienen wäre noch ganz wichtig. Also man könnte dann, wenn das Gür wirklich gut ist, auch hier noch die Armschienen gegen Nemesis wechseln. Ist aber riskant, weil da geht halt schon wieder Schaden verloren und das ist halt so mit dem ADT-Set angelegt, da wird die Klasse schon ein bisschen abgeschwächt. Also da kann man jetzt dann nicht einfach sagen, ja, nehmen wir das, tauschen wir das, nehmen wir das, tauschen wir das. Das kann dann auf jeden Fall ein bisschen knapp werden. Also das könnte man sich gegebenenfalls überlegen. Wie gesagt, wenn es dann mehr Paragon gibt, also wenn dann die Tausender-Marke und so weiter überschritten ist, kann man da sicherlich nochmal drüber gehen und das Ganze ein bisschen weiter modifizieren, um den Speed zu optimieren. Also prinzipiell ist es natürlich so, die ADT-Skillungen sind eigentlich nur davon gedacht, von einem Eliterberg zum nächsten zu gehen und wie es der Name sagt, natürlich uns mit Atem des Todes zu versorgen. Ja Freunde, das war es jetzt mal soweit von der Skillung, von dem Update. Alles andere gibt es unterhalb verlinkt, wie schon gewohnt. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.